Wo machen wir das denn jetzt hin? Ich würde es auf der Höhe von dem Band anschrauben. Aber dann können die Pferde hier hängen bleiben. Dann gehört es sicherlich auf die andere Seite. So. Ja, so muss es sein. Dann ist der Durchgang schön frei. Ja. Ja, so muss es sein. Ja, so muss es sein. Ja, so muss es sein.